Hallo, heute zeige ich drei verschiedene Korken mit den Maßen 32 x 20 auf 16 mm, 32 x 22 auf 17 mm und einmal den Korken mit den Maßen 32 x 23 auf 18 mm. Und jetzt die Frage, warum passt der erste Korken nicht in die Flasche rein? Weil ganz einfach, wenn wir den Korken perfekt in der Flasche sitzen haben wollen, ist er einfach so tief drinnen, dass wir uns schwer tun, den Korken wieder rauszuziehen. Mit dem anderen Korken mit den Maßen 32 x 22 auf 17 mm passt der Korken eigentlich perfekt in die Flasche rein, sodass wir auch genug Platz haben, um den Korken wieder aus der Flasche rauszuziehen. Und der Korken mit den Maßen 32 x 23 auf 18 mm passt eigentlich gar nicht rein, sodass oben viel zu viel Platz ist und der Korken durch einen kleinen Schlag gleich wieder abfallen würde.